Für Kunden des Bäckerbooten beginnt der Tag mit Lebensqualität vom frühen Morgen an. Bei Wind und Wetter zu Hause bequem zu bleiben und Warteschlangen zu vermeiden, ist oft günstiger als die eigene Fahrt zum Bäcker und schon sogar die Umwelt. Das Betreiben eines Frühstücksdienstes ist leicht zu erlernen und setzt keine speziellen Qualifikationen voraus. Der neue Partner lernt in einem Zwei-Tages-Seminar alles, was er für einen erfolgreichen Start benötigt und wird im Anschluss aktiv beim Firmenaufbau begleitet. Das benötigte Startkapital sowie das Unternehmerrisiko sind für die Partner risikominimiert, da bei Bäckerboote kaum Fixkosten entstehen. Die Franchise-Gebühr orientiert sich ausschließlich am Umsatz und ist gut verträglich. Erfolgsgarant und Hauptkompetenz von Bäckerboote ist das hochprofessionell ausgeformte Vertriebs- und Verkaufssystem sowie das dazugehörige funktionierende Personal- und Auslieferungsfahrermanagement. Alle Personen, Brötchenausfahrer, Ü50-Jährige, Paare, erfahrene Unternehmer als Ergänzung zum bereits bestehenden Geschäft, Sie alle können Bäckerbooten werden. Klicke jetzt hier und erfahre mehr.